Ja Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play der Herr der Ringe, die Rückkehr des Königs. Ja, wir sind wieder mitten im Abenteuer um Mittelerde, haben das letzte Mal mit, ja, einer Menge Glück, bisschen Skill wie immer, das durchaus schwierige Level kann krass lauer abgeschlossen, aber jetzt wird es glaube ich noch eine Ecke schwieriger, denn dieses Mal werden wir uns minastiert an den Innenhof wagen und soweit ich das in Erinnerung habe, ist das wirklich ein richtig harter Tobak, den wir da zu absolvieren haben, aber wer könnte für harten Tobak besser sein, als unser weißhaariger Superman Gondor. Boom. Yeah. So, dann mal sehen, was uns hier erwartet, ich bin sehr gespannt. Frau. Wir werden hier auf sie wachen. Ähm. Super Gondalf. So, da oben haben wir jetzt einen Counter, wie viele Frauen bereits gerettet sind. Ähm. Ja, und wir müssen 200 retten, aber einfach wird das hier nicht. Da seht ihr vielleicht schon warum. So. Ja, ja. Machen wir doch. Ja, 200 Frauen haben wir. Uh, Level up. Du Mistkerl. Ja, könnt ihr versuchen, lauft Frauen. Lasst unsere Frauen in Ruhe. Uh, das war nicht so klug, uns hier in direkte Konfrontation zu begeben, glaube ich. Aber unsere Frauen sind mir heilig. Dunkle Erlösung haben wir gerade gemacht. Einer der neuen Skills. Perfekten Modus. Boom. Boom. Lass unsere Frauen in Ruhe, du Schwein. So, was haben wir hier jetzt alles? 38 Frauen haben wir gerettet. Und da kommen schon die nächsten. Ey. Bam. Ochs, unzählige. Ochs. Verdammt. Lass sie in Ruhe. So. Wie viele Frauen haben wir? 50. Wir metzeln uns hier jetzt einfach mal durch, würde ich sagen. Ah, gute Arbeit, Jungs. So, ich sollte hier nicht zu viele Fernkampfangriffe verschwenden. Bleib stehen, Mann. Mann, diese Geschosse sind echt gut. Denn die erleben die recht gut. Bam. So. Och, du Heilige. Natürlich. Wie ich diese Orks hasse. Diese großen Orks. Die hasst, glaube ich, jeder. Zurück. Sehr gut. So, erstmal die Bogenschützen da hinten ausschalten. Die sind nämlich gar nicht nett. 67 Frauen. Na super. Ich muss mal ganz kurz gucken, was wir hier für Skills überhaupt haben. Orkfeller kenne ich. Jüngstes Gericht kenne ich. Pairo, Gambit. Rechts, Mitte, rechts. Dunkle Lösung. Rechts, links, links, rechts. Okay. Das will ich mir öfter probieren. Rechts, links, links, rechts. Okay. Alter. Rechts, links, links, rechts. Oder auch nicht. Naja. Wir werden mal gucken. Oh. Bogenschützen. Die müssen wir hier gleich ausschalten. Aber Gandalf hat jetzt die neuen Supergeschosse. Deswegen ist das für ihn kein Problem. Alter. Du willst mich doch verarschen. Diese Schildtypen sind nicht ganz nett. 80 Frauen. Kommt schon, ihr Holden-Weibsbilder. Mittelerdes oder Minas Tiritz. Ihr müsst hier leider gerade entkommen. Dunkle Erlösung. Da war sie wieder. Zack. Ja, ja, komm. So. Ich schieße hier mal ein bisschen um mich. Ey. Du kommst hier nicht durch, Mann. Bumm. So. Haben wir hier oben eigentlich welche? Ach, hier hält einer die ganze Zeit den Nachschub auf. So. Lauft, Frauen. Die Hälfte haben wir. 100 Stück. Sind im Sack. Höhö, im Sack. Na, egal. So. Bam. Jetzt wird hier richtig aufgeräumt. Und der Aug vielleicht bleibt dabei. Ist immer noch das effizienteste Mittel gegen diese Unholde. Lass sie in Ruhe, Mann. So. Ich mime hier mal ein bisschen den Sniper. Ich sehe zwar nicht, auf was ich schieße, aber es wird schon mal sein. 108. Na, supi. Bam. So. Du gibst jetzt Ruhe. Haha. Diese Brandgeschosse. Alter. Was will er denn? Sind echt gut, wollte ich sagen. Aber das hier gefällt mir gar nicht. Dass hier jetzt schon Leute mit HP kommen. Lass die Frauen Ruhe, du Schwein. Gänzt hast du denn keinen Anstand? Ach, du bist ein Kollege. So. 113. Diese Schwere hier sollten wir öfter nutzen. Die sind gut. Pam. Oh, da kommt einer mit. Aua. Mit HP. Den sollte ich mir sehr früh vorknöpfen. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn. So, mein Kollege. Ich hab gehört, du willst hier Stress machen. Du willst unsere Frauen zerstören. Töten. Nimm dir auch selbst Frauen, Alter. Habt ihr Orks nicht genug eigene Frauen und eigene Sorgen damit auch? So, 122. Macht hier jemand Terror? Nein. Okay, du bist durch. Du bist tot. Boah, aber mit Gandalf läuft das eigentlich gar nicht so schlecht. So, ich leiste denen etwas Unterstützung hier, unseren Bogenschützen. Wenn ich den mal treffen würde. So, von da hinten kommen ja die Frauen. So. Ach ja. Ach ja. Nein. Verdammt. Ja, wir werden euch beschützen. Siehst du doch. Pam. Und die geben auch immer schön Tränke, diese mit HP. Das ist sehr gut. Denn wir stehen im Moment bei vollem Leben. Pam. Nein, den haben wir gegen die Statue geworfen. Verdammt. So. Ach. Hier sind doch wieder ein paar neue Schargen Saurons. Ja, wir werden nicht zurückweichen. So, den Trank da, den wollte ich eigentlich nicht rausholen, denn wir haben noch... Alter. Volles Leben. So, sehe ich da Bogenschützen? Alter. Den habe ich nicht kommen sehen. Aber jetzt wird der erst mal... Aua. Die Keulen tun echt weh. Jetzt wird der erst mal echt gut leiden. Alter. 143 haben wir. Und langsam wird sie echt ein bisschen unübersichtlich. Ich versuche nochmal den Überblick zu halten. Aber so richtig einfach ist das hier nicht. Wie ihr vielleicht seht. So, 149. Die 150. Ist durch. Yeah. Ach, du... Heilige Trolle. Alter. Sucht euch eure eigenen Frauen, ihr Mistviecher. So, erster Troll. Puh, zweiter Troll. Und, ähm... Komm schon. Wir müssen den Troll da hinten erledigen. Ich schieße schon gut auf ihn drauf. Komm schon. Die Trolle müssen weg. Zwei haben wir mit dem Speer erledigt. Und der dritte... Sollte gleich Geschichte sein. Verdammt. Keine Fernkampfangriffe mehr. Danke. Sehr. Ey. Ich will die Fernkampfangriffe, Alter. Na bitte. Der Troll wurde erledigt. Von einem unserer Kollegen. Wir haben Tränke bekommen. Dunkle Ersül... Ersülung, genau. Dunkle Ersülung gemacht. 159 sind wir. Da kommt der nächste Troll. Du bleib stehen. Und du auch. Pam. Mitten rein. So, ich glaube, da ist noch ein Troll. So, wie ich da die Keule interpretiere. Lass die Frau in Ruhe. Du bist aber nicht gerade ein Gentleman. So. Finger weg, Alter. Boah. Der haut doch die HP-Typen hier weg, der Troll. So, ich gucke mal, ob ich mit einem Orkfeller gegen den Troll ankomme. Sieht aber... Schlecht aus. Aua. Jawohl. Ein Troll perfekt fertig gemacht. Mit einem Perfekt-Modus. Das ist doch richtig nice. So, weil wir jetzt hier langsam ein bisschen mehr aufs Fressbrettchen bekommen. Habe ich mir jetzt mal den Trank eingesammelt. So, da hinten sind Fernkampfangriffe. Nehme ich mit. Du lässt unsere Frauen in Ruhe. Ey. Sag mal, der läuft einfach an mir vorbei. Ist natürlich auch mal dreist. So. Ein Troll. 173. Da hinten wütet noch ein Troll. Verdammt. Das wirst du nicht getan haben. Pam. Voll in den Rücken. Aua. Mir aber auch. Wir dürfen die Trolle nicht zu nah rankommen lassen. Das ist hier das Allerwichtigste. Jetzt stirbt doch. Danke sehr. Aufstieg. Noch ein Level ab. Jetzt dürfen wir Level 9 sein, so wie ich das sehe. So, ausgezeichnet. Ich halte jetzt einfach mal drauf. Da hinten kommt der nächste Troll. So, du bleibst stehen, mein Freund. Pam. Boah. Willst du mich verarschen? Alter, Schawuzki. 180 haben wir. So, ich muss hier gerade mal ein bisschen. Alter. Dieser Kerl. Der nervt mich aber auch richtig. So, der gleiche Trank für uns. Sollte er eigentlich, wenn ein netter Kerl. Ist. Ja, hat. Alter. Hat er auch. Aber dann kommt gleich der nächste an. Du Drecksack. Mit seinen Keulen. Immer wieder er mit seinen Keulen. Und jetzt sieht es richtig übel aus. Lauft, Frauen. Ihr seid meine Lebensversicherung. Fuck. Das wirst du nicht getan haben. Komm. Schon. Dreck. Danke sehr. Gib mir deinen Trank. Danke sehr. 192. Und er wieder. Er nun wieder. Jetzt wimmelt es hier aber auch von diesen Kreaturen. So, jetzt habe ich ihn. Jetzt sollte ich ihn eigentlich haben. Lauft durch, Frauen, Mann. Ey. Einen Trank hätte ich gerne. 195. Komm schon. Kill ihn doch, Gandalf. Und wir haben keine Fernkampfangriffen mehr. Kommt durch, ihr Frauen. Das sind die letzten vier Frauen. Ich gehe mit, Freunde. Ähm. Parieren, 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 parieren. Alter. Aber echt. Ja. Fliehen wir. Boah, halt's Maul, ey. Das war ja richtig hart, ey. Aber Gandalf hat das Ding gerockt. Feuer. Zu den inneren Mauern. Aber nach dem Fall der Tore ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann unsere toten Körper, die sieben Ebenen von Minas Tiret bedecken werden. Meine Aufgabe ist erfüllt. Und unser Schicksal liegt nun in den Händen eines Hobbits und eines Königs. Oh, das hast du richtig schön gesagt, Gandalf. Denn genau diese beiden Wege müssen wir noch absolvieren. Gandalf' Aufgabe ist erfüllt. Und guckt euch an, wie stolz der Junge ist. Und wir erreichen Level 9 mit Gandalf. Das freut mich natürlich extrem. Für Level 10 reicht es noch nicht ganz. Aber trotzdem gefällt mir das eigentlich recht gut hier, wie wir den Inhoch absolviert haben. Am Ende wurde es dann nochmal richtig eng. Und so ist das Level natürlich auch konzipiert. Und wenn dann die ganzen Trolle und harten Orcs kommen. Gut, wir haben das hier recht bravowus gemeistert. Haben jetzt 52.000 EP. Aber bevor wir die auf den Kopf schlagen, gucken wir erstmal, was wir hier haben. So, den Schildspalter. Den nehmen wir auf jeden Fall mal für die gesamte Gemeinschaft mit. Klinge Saurons gegen Urux. Ja. Macht des Palantir. Noch nicht freigeschaltet. Dafür müssen wir Macht des Magiers kaufen. Ach, hier unten 3.500. Das ist ja lächerlich. So, dann sieht man die Macht des Palantirs her. Was haben wir hier? Blitzschlag. Bringt eigentlich noch nicht so viel im Moment. Da wir mit keinem anderen Charakter bis jetzt auf Level 8 sind. Du kämpfst in der Schlacht länger. Perfekt-Modus. Jawohl. Kaufen wir erstmal nur für Gandalf. Stärke der Gemeinschaft. Noch mehr Leben. Kaufen wir auch mal. Das kaufen wir auch. Und jetzt haben wir auch nichts mehr. Also ich habe jetzt mal für Gandalf gekauft. Weil wir mit Legolas die nächste Mission machen werden. Und damit leider nicht mehr bis auf Level 8 leveln werden. Deswegen habe ich hier mal für Gandalf ein bisschen gut eingekauft. Und. Ähm. Alter. Das ist ja übel. Ähm. Ja. Würde mal sagen. Wir gehen hier weiter. Wir sind fertig mit dem Einkauf. Wollen auf jeden Fall speichern. Und. Äh. Wollen wir uns doch jetzt mal weiter an den Pfad des Zauberers machen. Ne. Was rede ich. So. Bevor wir jetzt aber weiterspielen. Mit dem guten Legolas. Würde ich sagen. Da wir jetzt. Äh. Ich würde jetzt eigentlich die Pelennor-Felder machen. Aber da wir jetzt gerade so gut fertig geworden sind. Gandalf so ein gutes. So ein gut ausgesehen hat. Wie er bei Minas Tirith im Innenhof. Und wir seinen Weg schon abgeschlossen haben. Würde ich sagen. Gucken wir uns mal das Interview mit Ian McCairn an. Dem Schauspieler von Gandalf. Sehr interessant bestimmt. Gandalf. Gandalf. Das ist die curiosität von Gandalf. Das sind viele von uns. Das ist mir. Aber dann, wenn wir in der Film machen, da war mein Double. Und da war die Stunt-Gandalfs. Die 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 Fights in der 12. Und dann ist die Digitalized-Gandalfs. Die sind manchmal in den Crowd-Scenen in der Film. Dann ist der Gandalf von diesem Mann. Gandalf ist 7,000 Jahre alt. Aber er kann die most remarkable Dinge tun. Und er hat noch ein Springer in seinem Stamm. Und ich wünsche mir, dass Gandalf in der Film hat... ...been ganz agile als Gandalf. Haha. Vielleicht ist es der Wieseste von euch ... wird wählen als Gandalf. Vielleicht ist es der Wieseste von euch. Vielleicht ist es der Wieseste von euch. Ist es Gandalf nicht der Wieseste von euch? Ich weiß, dass er mein Mann ist. Ich bin der Wieseste von euch. Wenn ihr nicht mehr in der Film ist, dann könnt ihr das Spiel spielen. Das ist die nächste beste Sache. Ja. Sir Ian McKellen ein ja interessanter Schauspieler muss man sagen so und jetzt gehen wir an die Pallonor Felder